Sei herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast und einer weiteren Lesung aus dem Buch der Lichtkörper, ein Überblick über den globalen Transmutationsprozess, insbesondere zu den Lichtkörpersymptomen, diesmal mit der Lichtkörperstufe 8 und 9. Mein Name ist Daniel Janang. Ich lade dich herzlich ein, nun gemeinsam mit mir zu lauschen. Lichtkörperstufe 8 Die achte Stufe enthält wie die vorangegangene eine Reihe von physischen Vorgängen, die sich zu einer großen Herausforderung zusammenballen. Die Umstrukturierung des Hirns, die Säuberung des Mentalkörpers und des Emotionalkörpers bringen Symptome hervor, die wir unter Mobilisierung aller innerer Kraft durchstehen müssen. Es wachsen die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse immer weiter in ihre neue Form und Größe hinein. Und das Hirn wird massiv aktiviert. Von vorher nur 10 bis 15 Prozent Nutzung soll es bis auf 100 Prozent aktiviert werden. Das Hirn und auch der ganze Schädel können dabei zu wachsen beginnen. Der Kopf steht oft wie unter Starkstrom. Heftige, oft schier unerträgliche Kopfschmerzen können die Vorgänge begleiten. Erzengel Ariel empfiehlt bei Schmerzen, dass man sich laut redend oder in Gedanken, laut ist immer besser, mit seiner Seelenführung in Verbindung setzt, respektive mit jenen galaktischen Wissenschaftlern, die in den höheren Dimensionen unsere körperliche Mutation überwachen und lenken. Es sind oft Wesen, die zur eigenen Überseele gehören. Ihnen soll man sagen, hallo, das tut weh, könnten wir das ein bisschen dämpfen, bitte schüttet Endorphine aus. Endorphine sind natürliche schmerzdämpfende Hirnopiate. Angst vor Alzheimer Die Sicht wird noch verschwommener und veränderlich. Eine neue Brille passt vielleicht schon nach 14 Tagen nicht mehr. Darum lohnt es sich, während dieser Zeit mit der Anschaffung einer neuen Brille noch ein bisschen zu warten, bis sich die Sicht wieder etwas stabilisiert hat. Schlafstörungen, Erinnerungsverlust, Schwindelanfälle, Desorientiertheit, Konzentrationsunfähigkeit, Unfähigkeit, irgendetwas klar zu denken, zu planen und zu entscheiden, sind die Regel. Aber auch, bei jedem Menschen ist zu bedenken, prägt es sich anders aus. Man sei nachsichtig mit sich, wenn auch nach dem zehnten Mal Durchlesen der getippte Text noch etliche Fehler aufweist. Das setzt allerdings voraus, dass man überhaupt noch fähig ist, einen Text zu tippen. Es kann sein, dass auch das vorübergehend nicht mehr möglich ist. Der ganze Denkbereich funktioniert nicht mehr wie einst. Vielleicht hilft hier nur eine positive Einstellung zu diesem Prozess, grenzenloses Vertrauen in die Seelenführung, sowie die Affirmation, ich trage das mit Fassung, ich trage diesen Vorgang mit Fassung. Und mindestens zehnmal am Tag aufsagen. Verständlicherweise befürchten hier viele Menschen, im ersten Stadium der Alzheimerkrankheit zu sein. Und es kommen jetzt unter Umständen massive Ängste hoch. Die Schwierigkeiten werden vielleicht noch dadurch verstärkt, dass die Menschen in der Umgebung noch viel weniger als wir selbst verstehen, was mit uns vorgeht. Weiter treten Herzrhythmusstörungen und Herzrasen auf. Das Herzrasen entsteht, weil das Herz nun vorübergehend doppelte elektrische Impulse für den Herzschlag erhält. Einerseits noch die Impulse des autonomen Nervensystems, andererseits schon die Impulse der axialen Zirkulation des axialen Zirkulationssystems, das im Ätherkörper wieder aktiviert wird. Ich habe darüber andernorts ausführlich geschrieben. Ab einem gewissen Punkt verschmelzen die beiden Systeme ihre Funktionen. Das Herz erhält die Impulse von da an nur noch vom axialen Zirkulationssystem und der Puls wird wieder normal. Empfang der Lichtsprache Hier noch ein paar Details darüber, was nun weiter alles mit uns passiert. Bisher habe ich noch nicht viel über die Chakren gesprochen. Ihre Entwicklung im Lichtkörperprozess wird weiter hinten in einer eigenen ausführlichen Erörterung dargestellt. Hier darum nur so viel, dass auf der achten Lichtkörperebene, also der achten Lichtkörperstufe, das achte, das neunte und das zehnte Chakra, die sich über dem Kopf befinden, aktiviert werden. Die drei bis fünf ätherischen kristallinen Schablonen im achten Chakra beginnen sich so auszurichten, dass die bisherige Bewegung unserer Energiekörper spiralförmig wird und sie sich in das höherdimensionale Bewusstsein einhängen, wodurch der Empfang der Lichtsprache möglich wird. Der spirituelle Körper, der während der Zeit der Abtrennung praktisch ungenutzt und nur als Reststruktur dort draußen herum saß, ist nun mit dem Mental- und dem Emotionalkörper in ein einheitliches Lichtfeld verschmolzen. Ein Dekodierungsbogen Beim Eintritt in die achte Lichtkörperstufe werden außerdem die drei sogenannten ätherischen Saatkristalle aktiviert. Diese empfangen die höherdimensionale Lichtsprache. Sie befinden sich in einem Dreieck angelegt auf der Stirnseite, zwei gleich über den Augenbrauen, auf der Höhe der Pupillen, wenn man gerade ausschaut, eines gleich unter dem Haaransatz, auf der Linie, auf einer Linie mit der Nase. Die Zirbeldrüse und die Hirnanhangdrüse bilden nun allmählich eine Art Regenbogen. Einen Energiebogen vom Scheitel bis zur Stirn, vom vierten bis zum dritten Auge. Hier entsteht der Entschlüsselungsmechanismus für die höherdimensionale Sprache. Anfänglich kann das Hirn die Lichtsprache allerdings nur in Form von geometrischen Figuren, Lichtbändern, Farben und Tönen sowie energetischen Bewegungen im Kopf empfangen, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Es können Flammenschriften aufblitzen, die wie hebräische Buchstaben, Hieroglyphen oder mathematische Gleichungen aussehen. Das sind kodierte Mitteilungen aus der geistigen Welt. Wenn man solche sieht, soll man laut Erzengel Ariel am besten die Invokation zum vereinten Lichtfeld sprechen. Und um eine Übersetzungshilfe bitten. Vielleicht kommt diese nicht gleich unmittelbar danach, sondern man muss noch ein paar Mal darum bitten. Aber irgendwann kommt sie. Meist gegen Ende der achten Stufe. Die Information, die vorher in Form von Kodierungen übermittelt worden war, ist plötzlich als wissender und in Worte fassbar. Empfang von Seeleninfos Es wird außerdem ein ätherischer Empfangskristall für die sogenannte Aufnahmezelle aktiviert. Dieser Kristall befindet sich ungefähr einen Fingerbreit über dem rechten Ohr. Wenn das geschieht, empfinden viele Menschen eine Art Brennen an dieser Stelle. Die Aufnahmezelle befindet sich in den höheren Dimensionen und speichert für die Überseele große Mengen von Informationen, die sie interdimensional über viele Inkarnationszyklen auf verschiedenen Planeten und Sternensystemen zusammengetragen hat. Von dieser Aufnahmezelle werden in periodischen Abständen Erfahrungsdaten in den Empfangskristall runtergeladen. Nachher erreichen einen plötzlich viele Informationen, von denen man nicht weiß, woher sie eigentlich stammen. Noch neutralere Beziehungen Wenn das Einhaken des bisherigen Bewusstseins in das eigene multidimensionale Bewusstsein geschieht, beginnt man als multidimensionales Wesen zu funktionieren. Alles, was man jetzt tut, wird von der Überseele gelenkt. Die Aura ist nun von Blockaden weitgehend gereinigt, was dazu führt, dass man auf andere Menschen noch unpersönlicher wirkt. Sie können nicht mehr in die aufgelösten aurischen Geometrien sich jetzt einhängen, die alle früheren emotionalen Beziehungen steuerten. Auch umgekehrt ist das Interesse nur noch spiritueller Art. Das heißt, man sieht in den anderen Menschen vor allem den göttlichen Funken. und liebt sie für das, was sie sind und auch für das, was sie nicht sind. Persönliche Beziehungen mit ihnen werden nicht mehr gesucht. Veränderte Sexualität Spätestens auf dieser Stufe wird einem auch klar, dass sich die eigene Sexualität verändert. Während man sich etwa auf Stufe 3 phasenweise sexuell sehr angeregt fühlen konnte, geht das sexuelle Bedürfnis jetzt stark zurück. Was allerdings nicht heißt, dass man keine Sehnsucht nach Liebe und persönlicher Beziehung hätte. Und die Hoffnung, einen völlig gleichklingenden Partner zu finden, wird nie verschwinden. Hingegen wird man immer weniger Lust haben, eine ungleiche Partnerschaft weiter zu pflegen oder auch aufzunehmen. Das hat seinen Grund auch in der zunehmenden Hellfühligkeit des Körpers. Auf dieser Stufe hat der Körper schon so viel Licht integriert, dass er sehr hoch schwingt und er spürt darum alle unharmonischen Energien im Umfeld. Bei sexuellen Begegnungen dringen die Energien des Partners auch in die eigene Aura ein und verbleiben dort mit all ihren Auswirkungen, bis sie transformiert sind. Darum wird man die körperliche Nähe von noch weniger harmonischen Menschen immer weniger häufig suchen. Der kosmische Orgasmus Der hellfühliger werdende Körper reagiert auch anders auf sexuelle Stimulationen. Die örtliche Stimulierbarkeit und die lokale orgastische Potenz werden bei den Männern und Frauen schwächer, weil sich das ganze elektrische System und die Funktionsweise der Chakren verändert hat. An die Stelle der einstigen, vorwiegend unterleibszentrierten Sexualität treten nun Liebes- und orgastische Erfahrungen, eigentliche Verschmelzungen, die den ganzen Körper und das ganze Lichtfeld erfassen. Solche Erlebnisse werden oft kosmischer Orgasmus genannt. Sie sind nur mit Partner, Partnerinnen möglich, die einen ähnlichen oder höher schwingenden Entwicklungsstand haben. Es kommt im Verlaufe der Lichtkörperentwicklung vielleicht hin und wieder vor, dass sich solche Erlebnisse mit höherdimensionalen Wesen ergeben. wenn man sich der Allgegenwart höherdimensionaler Wesen und ihrer Liebe bewusst ist, können solche Begegnungen auch häufiger und auch persönlicher werden. Gegebenenfalls wird einem klar werden, dass ein, eine Seelenpartnerin in der fünften Dimension auf einen wartet. Bei Lichtarbeitern ist das, wie weiter oben schon angedeutet, öfters der Fall. Herzlichen Dank und wenn du magst, freue ich mich dann auf den nächsten Podcast mit dir zur Lichtkörperstufe 9. Ich wünsche dir ganz viel Liebe, Kraft, Segen und Licht. Alles Gute für dich. Bis bald, deine Danielle. Jahrheden. Verbind Sturz Ich sie und